Ein Auge auf Weltkulturerbe werfen, denn das ist ja die Speicherstadt. So, jetzt haben wir zunächst noch mal ein bisschen Bausündige hier vorne abzufahren und das wird dann gleich sehr viel besser. Wir werden sich gleich zum sehr viel Beste da vorne ändern. Vor uns ist das hier immer wie so eine Mischung, so ein bisschen Kopenhaken, ein bisschen danzig, ein bisschen vielleicht kracht, so wie bei unseren Nachbarn auf den Niedergegangen sind, um die Ladung eben anzunehmen. Ja, die gibt es sowohl wasserseitig als auch straßenseitig. Die unterscheiden sich auch immer. Die sind auch immer anders geformt und dann habt ihr hier Brücken mit großen Worms zustande. Ich hab also wirklich was anderes vor, erzähl ich euch gleich hier, als zum Feierabend auf dem Pfarrdorf raus holen zu müssen. Also, come after me. Wenn man so von der Straße betrachtet, auch so fast so ein bisschen Schiss, ähnlich aussieht. Da kann man toll essen, gibt tolle Innenhöfe. Das heißt auch so, Kaffeerösterei. Da kann man nicht nur die tollen Kaffeesonnen von der ganzen Welt durchtesten, sondern um euch herum wird permanent Kaffee geröstet. Das ist das älteste Flieh. In Benutzung, das ist das Integriert, ganze Städte nachgebaut. Rio zu Janeiro steht an Wandelweg. Vielleicht habt ihr ja gesehen, hier sind nur halt diese Treppenstufen runter zum Wasser. Und, äh, oder an den Brücken sind so Podeste mit Bänken. Ist dann nach der Urkunde quasi das Hafengeschehen geboren worden, hier auf der rechten Seite. Das ist das älteste Flieh. Was ist hier im Ort? Das ist ja auf der rechten Seite so ein modernes Flutschütztor, denn die Speicherstadt ist den Tiden abhängig. Könnt ihr dicht machen, Flutschutz. Müsst ihr mal reingucken, hier auf der rechten Seite, hier unter dieser zwei, Bye. Sonnens först, Fischbrit hier. wie ist das? das lecker? ja lecker? was ist das? was ist das? was ist das? wow wow hallo 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 sehr gut da ja 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 wir müssen zurück ja 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 sprich Komm, machen Sie bitte. Ich mach's doch nicht. Oh, die sind wir. Und cut.